Die Karte ist liebevoll gestaltet und hochwertig verpackt. Die Besonderheit dieser 3D-Geldkarte ist das separate Fach für die Geldscheine sowie ein extra kleiner Umschlag für den Geldschein. Der beliebige Geldschein kann ohne Probleme praktisch auf der Rückseite der Schablone gelegt werden. Beim Öffnen dieser besonderen 3D-Lin-Pop-Up-Wunscherfüller-Karte entfaltet sich ein Marienkäfer mit einer Pusteblume dreidimensional, sodass ein Überraschungseffekt garantiert ist. Mit den zwei separat gelieferten Zetteln hast du ausreichend Platz für deine persönliche Botschaft. Der hochwertige weiße Umschlag dickem Papier hat einen besonderen Verschluss.